Kapitel 11 Die Wiege der Jahrhunderte Hallo? Mama Sophia! Sie sind überall Amesia, die vielen Menschen Es ist meine Schuld Ist es nicht Wir alle wissen, was passiert ist Nur keine Sorge Gehen wir zur Karte Deswegen bist du hier Aber die sind da jetzt alle Was ist passiert? Das ist alles bald vorbei, Ugo Die Ratten wollen das nicht Sie sind glücklich so Die verdammten Ratten können zur Hölle fahren Sie werden nicht wehren Das sind dumme Tiere, Ugo Wir sind drei starke und schlaue Menschen Ich weiß nicht Sag mir, zu welchem Feuer du gehen möchtest Ich ebne dir den Weg Bleibt bei mir Wir gehen jetzt einfach mit Ihr hier So warte, jetzt müssen wir erstmal hier kurz Gebombt Nein Jetzt geht's rückwärts Das ist schon eine knappe Nummer Muss ich sagen Das ist schon Not so easy Machen wir Machen wir Gar kein Problem Gar kein Ding Fangst du uns den Weg, Sophia? Bleibt in meiner Nähe Überlebende Kommt nicht zu nah Wir werden euch helfen Nein Lasst sie Bitte Meine Güte Warum? Ich hasse euch Euch alle Es ist vorbei Weg hier Kommt Das wird aufhören Es ist zu spät Alles ist ruiniert Hugo Ich weiß ja nicht Der Wagen Ja Er wird uns schützen Da ist was am Boden Ein Balken Sieht schwer aus Wir müssen ihn bewegen Ja, aber wie Also ich krieg ihn ja nicht weg Also nur mit so einem Äh Mit so einem anderen Ding Nee, kommen wir immer noch nicht rein Äh, okay Es ist gar nicht mal so schön So, das heißt Wir kommen Mach uns den Weg frei, Sophia Bleibt bloß alle im Licht Ja, ja Wir geben unser Bestes Weil wir müssen da hin Halt Geht nicht zu weit weg Es wird zu dunkel für mein Prisma Wir sind tot Wir sind tot Wir sind tot Weil wir Es muss Also Ne Mit dem Also ihr wisst So Mit dem Haken und so Kannst du einen brennenden Pfeil schießen Oh Ja Ja Du nimm doch Mach doch Alter Ja 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 und jetzt Warte mal Mit dem brennenden Pfeil Könnte ich natürlich Der dürfte ja noch alle brennen Ojojo Ich danke dir Das war knapp Sophia Warne uns den Weg Bleibt in meiner Nähe Du kannst aufhören Geht klar So Kann ich jetzt das Ding hier weiter Weiter schieben Geht das Okay Cool Ey Danke dir Wirklich Bald geschafft Die Karte Der Träger Er ist der Schlüssel Aber das ist alles so alt Er ist schon lange tot Etwas wird übrig sein Etwas was dich retten wird Ja Ja Sag sowas nicht Du bist Alles Hey Wie wär's wenn ihr beide aufhört euch selbst zu quälen Das ist die Hölle ja Aber wir haben eine Spur Also reißen wir uns zusammen Ja Sie hat recht Igbo Uns bleibt keine Wahl Ich weiß Es gibt bestimmt Überlebende Der Palast ist wie eine Festung Stimmt Es ist die Pflicht des Grafen seinem Volk Schutz zu gewähren Ja Er ist ein Ritter Na los Okay Schnell hingerannt Mach uns den Weg frei Sophia Bleibt bei mir Fahrenst du uns den Weg Sophia Bleibt in meiner Nähe Machen wir Machen wir Alles gar kein Problem Ja Kein Problem Da oben Da ist das Lass es Gebombt Ab nach oben Sicher Wir sind da Endlich Unfassbar Es war genau vor unserer Nase Und Basilius Wo bist du Wo versteckt man den wertvollsten Schatz Unter der Erde Ja Er muss da unten liegen Die Karte könnte der Eingang sein Machen wir sie kaputt Ich schätze schon Aber wie Äh Womit Diese Insel war für mich immer nur ein Punkt auf der Karte Tja Wir wussten ja nicht mal dass es sie gibt Wie können wir die kaputt machen Wir haben nichts was explosionstechnisch funktioniert Wir könnten höchstens abfackeln Aber das macht ja keinen Sinn Können wir die mit irgendeinem Geröll hier irgendwie Oder runterziehen Können wir irgendwie, weiß ich nicht, einen Baumstamm nehmen oder so Oder Irgendwas anderes Was wir jetzt noch nicht sehen Wie zum Beispiel diese Säule Könnte ich diese Säule umstoßen Dass die Dass das da drauf Dass das da drauf fällt Aha Geh bitte zurück Ja Bereit Bereit Sehr gut Das war so befreit Arme Karte Ja Das ist wirklich schade Denn sie war sehr alt Ja Komm Gott Hm Meine Fresse Ein Durchgang Er wurde versiegelt Versiegelt gegen was Sehen wir nach Was ist eigentlich mit dem Draf und der Gräfin passiert Also sind die jetzt alle in ihrem Palast und Ende im Gelände oder Wann ist los Kommt Es ist zu dunkel Die Dunkelheit fürchtet sich auch vor dir Etwas Licht Und sie ist weg Komm wir finden das Licht Seht nur Der führt irgendwo hin Wir sind da Ich spür's Hier war schon lange niemand mehr Lass mich nicht los Nein Keine Sorge Aber ich weiß nicht ob wir hier komplett alleine sind Oder uns Oder die Ratten uns folgen Vielleicht Weil die sind ja alle unter Also warum sollten die jetzt hier nicht Hier reinkommen Würde mich Zumindest Wundern Wollen wir noch irgendwas herstellen Ja Können wir Sehr gut Lass mich doch Sophia Lass mich doch durch Es wird dunkler Ich mache Licht Ja bitte Halt Da passiert irgendwas Oh bitte nicht Ich hoffe auch Was zur Hölle Seht nur wie groß dieser Ort ist Was ist das? Eine Art Tempel? Sieht ganz so aus Ist ja gar nicht mal so klein Da auf dem Boden Wieder das Symbol des Ordens Ja Hier sind wir richtig Persilius ist hier Irgendwo Okay Da ist eine Riesentür Hier ist Nochmal Loot Geht immer natürlich mit Äh Gucken wir erstmal was die Tür hier macht Was ist das? Da war etwas drin Das ist schon lange weg Gehen wir weiter Okay Ja Ich weiß nicht ob wir das wissen wollen Hier ist etwas explodiert War das ein Unfall? Ich glaube das wurde absichtlich gesprengt Ja Jemand wollte da unbedingt rein Gehen wir weiter Aber da wird es ja nur dunkler Also Hier war noch eine Explosion Das Tor ist zerstört Das war bestimmt sie Elia Sie entkam aus der Kapelle Sie hat alles zerstört? Sie wollte Basilius zurückholen Und hat sich den Weg freigekämpft Wir sind ihr auf der Spur Das ist eine Lücke Gehen wir mal durch Wir gehen wirklich hier durch? Keine Angst Es hat Jahrhunderte gehalten Noch tiefer Hoffentlich kommen wir ihr hier auf die Spur Also ich weiß ja nicht Ob ich hier runter gehen würde Normalerweise Aber wir kommen nie wieder da oben hin Alles gut? Okay Alles gut Gott Vorsicht es geht runter Wie ist das Feuer bitte hier unten hingekommen? Ein Erdrutsch Sie hat ihr ja alles komplett auf den Kopf gestellt Sie hatte Angst um Basilius Aus gutem Grund Okay Okay Kann ich noch was herstellen? Ja kann ich Sehr gut Die klemmt Kann ich hier irgendwie anders? Diese Tanks Sie enthielten griechisches Feuer Ist das nicht eine Waffe? Nicht zwingend Sie haben damit wohl das Licht am Leben gehalten Eins ist noch versiegelt Meinst du Es könnte explodieren? In so einem Tank? Sicher Versuchen wir es an der Tür Wirklich? Diese Mauern haben nicht genug gehalten Aber Weißt du Ich hab schon so einiges in die Luft gejagt Also Meinst du Dass wir denn nicht hier drunter einfach begraben werden? Entdeckung Amicia Du übernimmst die Zündung Sind wir weit genug weg? Ja Einfach den Kopf unten lassen Hat geklappt Das war gar nicht so leise Sie halten Los Alles wird gut Okay warte mal Hier haben wir erstmal nochmal Loot Ich hab auch schon gesehen Dass wir glaube ich da hinten noch eine Werkbank haben Erstmal gucken Ob wir uns wieder aufmöppeln können Also Verbessern Auf ne gewisse Art und Weise Bitte lass mich jetzt irgendwas verbessern können hier Ich kann immer noch nichts verbessern Was ist denn euer Problem? Ich hab das da unten nicht Das kann ich auch nicht herstellen Okay warte ich kann hier noch was Ich könnte hier noch was zünden Soll ich jetzt den Knaller zünden? Ich zünd den Knaller Ei 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 Nicht zu fassen Sieh mal Hier sind Vögel Ja Höhen Vögel Ich bin jetzt wirklich Ich hab das Ding kaputt gemacht Für ne Feder? Er ist auch nicht allein Genau Gehen wir weiter Und vielleicht sehen wir ihn ja Falls er nicht so viel Angst hat Ja Was hier? Ich bin wirklich für ne Feder hier reingegangen Okay Why not? Ja Ja Wir können ja hier noch unten drunter Da werden wir jetzt auch durchkrabbeln Oh So gibt's hier noch irgendwie Geilen Stuff Nein Schade Achso Ja uns bleibt er leider nicht Verdammt Geht's euch gut? Schätze schon Der Weg ist frei Gehen wir Bleibt uns ja nichts anderes übrig Tote Menschen Wahrscheinlich die Ordenswache Wir haben Elias Spur wieder gefunden Sie machte keine Gefangenen Sie haben sie dazu getrieben Okay Das heißt wir müssen das Tor aufmachen Damit Das Ding da unten Sie kam wohl hier vorbei Da Der Wagen ist auch mit griechischem Feuer ausgestattet Das sieht gefährlich aus Gar nicht mal so Gar nicht mal so ungefährlich Hier eine Kurbel Na los Sophia kannst du das übernehmen? So gut wie erledigt Ja Sophia mach du mal Weil ich guck dir gerne bei der Arbeit zu Und ich geh von aus Was ist das wenn das Ding unten ist? Ist offen Glaube ich Weißt du Langsam sehe ich sie in dir Elia Weil ich Genauso verzweifelt bin Weil du nicht aufgibst Wie ist das möglich? Was ist das hier? Das Tor da wird es uns verraten Wir sollten nicht hier sein Tja Sind wir aber Ja das denke ich aber auch Mach mal Licht an Okay Was? Nein, nein Ich wusste es Dieser Ort ist böse Moment Diese Feuer Die Schienen Sie bauten das alles Um sie ins Schacht zu halten Was? Ja Machen wir den Weg frei Wenn du meinst Womit fangen wir an Äh Wait Also ich kann Diese Feuerbecken hier können bewegt werden Auf Schienen Und mit griechischem Feuer Geschickt Der Orden kennt sich mit Ratten aus Gut Mal sehen Wie oft kann ich damit schießen? Also unendlich? Oder Ist es begrenzt? Warum sollte ich die jetzt Also warum sollte ich das jetzt Zu mir mehr holen? Kommt her Du hast das also schon mal gesehen Am anderen Ende des Landes Kein Zufall nehme ich an Nein Die Makula verbindet alles Alles klar Fertig Muss ich Also ich Also Ich probiere jetzt Den hier auch nochmal Ein bisschen näher ranzuziehen Kann ich den anderen Dann auch noch näher ranziehen? Ich habe Angst Also den links Als erstes gezogen haben Macht das Sinn? Also wir probieren es mal I don't know Ob das Nein kann ich nicht Okay Das heißt also ich kann hier runter Und Kann jetzt was machen Also einerseits kann ich hier Loot holen Das ist schon mal gut Kann ich das jetzt hier schieben? Nein Gut Sie können verschoben werden Helft ihr mir? Sicher Ja Los Okay das macht Kein Sinn Ähm Warte mal Wir müssen es jetzt ausprobieren Learning by doing Wir schieben es jetzt einmal kurz Komplett nach hinten Wir können es ja dann auch Wieder nach vorne ziehen So ist ja nicht Die Gleise kreuzen sich Ändern wir die Richtung Wir sind sicher Solange wir die Feuer haben Müssen wir Das Symbol Nachstellen? Die Brücke ist genau dahinter Aber der Karren ist im Weg Wie werden wir ihn los? Weiß ich nicht Ich brauche eine bessere Sicht Sehen wir hinten nach Wir gehen mal ganz kurz Nochmal in Die Richtung Weil da hinten ist Loot Ja da kann ich nicht Kannst du mir hier noch das Licht anmachen? Versucht den Weg bei Sophia Bleibt bei mir Ja Was mach ich denn jetzt? Ich würde gerne da unten Gucken gehen Aber I don't know Ja die Kiste kriege ich natürlich nicht auf Okay Du kannst aufhören Na gut Ich hoffe mal wir überleben Das ist eine Karte von diesem Ort Die Gleise und Feuerbecken Keine Karte Ein Entwurf Die ganzen Mechanismen Da sind noch andere Da Sieht aus wie das Chateau Dombrach Amicia Stimmt Das ist der Innenhof Mit den ganzen Feuerbecken Und was ist das? Mehr davon Zeichnungen und Karten Von Dänemark Konstantinopel Die hier ist aus Asien Afrika Ich wusste nicht Dass der Orden So weit reicht Weil es überall passieren kann Was? Eine Seuche Los Gehen wir Ich hab nichts mehr Oh okay Wir müssen irgendwie Das Wrack loswerden Ja jetzt ist die Frage Wenn ich jetzt da wieder hoch Kletter Haben wir ein Problem Kann ich hier hoch? Nein Ich kann nur hier hoch Aber hier hoch Ist das Problem Sicher Sophia Warn uns den Weg Bleibt bloß alle im Licht Vorsicht Es ist kaum noch hell genug Für mein Prisma Lass es Gebombt Brennender Pfeil Gute Idee Hör mal gleich aus Sehr gut Also der brennende Pfeil Der ist auf jeden Fall The way to go Okay also mit dem Kommen wir zumindest jetzt hier hin Das heißt wir müssen uns Natürlich auch noch die anderen Figuren anschauen Achso warte mal Wir können aber jetzt auch hier Komplett durch Jodeln Ist natürlich geil Kriege ich den irgendwie weggezogen Wahrscheinlich nicht Oder vielleicht wahrscheinlich schon Ich muss nur den richtigen Punkt treffen Oder so 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 Weil mit dem Können wir doch jetzt hier weitermachen Ist ja mal gar nicht nervig ey Freunde Kannst du das Licht Kannst du das Licht nehmen Mach uns den Weg frei Sophia Bleibt bei mir Das reicht Hör auf Geht klar So okay warte Wir wollen natürlich erstmal die Kiste wieder haben So wie immer So dann können wir nämlich hier die Kiste öffnen Und ich kann natürlich nichts davon wieder mitnehmen Das ist natürlich typisch So hier kann ich jetzt wahrscheinlich auch nicht weiter ne Weil da werden wir auch da Blockiert Auf den Schienen Hey Ugo Weißt du eigentlich wie oft die Ratten versucht haben uns zu kriegen Ja Oft Und wir haben sie immer überlistet Weil sie sich nämlich nicht umeinander kümmern Doch wir kommen dran vorbei Ja aber Ganz so weiter geht es nicht Das andere Gleis dort führt zur Brücke Also Was machen wir mit dem verdammten Wrack Ich seh mal nach Okay Mit dem Wrack müssen wir anscheinend Okay Müssen wir wahrscheinlich doch nochmal ein bisschen was machen Ich gehe davon aus Dass ich Hier noch was machen könnte Um es wegzuschieben Nein Ja da komme ich nicht hin Da komme ich nicht hin Sophia bahne uns den Weg Bleibt in meiner Nähe So jetzt gucken wir uns mal das Wracken hier an Was ist das hier Halt Geht nicht so weit weg Es wird zu dunkel für mein Prisma Ja 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 Ist ok ist ok ist ok Kann ich das irgendwie in die Luft sprengen Kann ich das irgendwie verschieben Irgendwas Ich sehe aber keinen Anhaltspunkt Kein gar nichts Wirklich gar nichts Ja in die Luft sprengen Bam Genau Den Wagen anzünden Wäre eine Idee Wie das Ja leider auch nicht Scheiße 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 Dahinter ist irgendwas Da Auf der Seite Ok wait Wenn auf der Seite was ist Gehen wir nochmal kurz zurück Gehen in die Richtung Und gucken ob da eventuell so ein Fass ist Kann man nicht noch weiter Ne können wir nicht Da hat doch was durchgelüllt Kann man da keiner Sehen Ok warte Kannst du jetzt Mach uns den Weg frei Sophia Bleibt bei mir Nun hör doch auf Du kannst aufhören Na gut Also ich weiß jetzt nicht Ich glaube wir sind nicht wirklich So weit entfernt Aber wir ziehen es trotzdem durch So kein Karren mehr Sophia Bahne uns den Weg Bleibt in meiner Nähe Kannst du uns den Weg Sophia Lass es Gebombt Ok Meine Güte Ja Feuerfeier ist glaube ich wirklich Die Lösung Also Das war der golden Tipp für heute Für mich Oh Ok So und jetzt kommen wir mit dem Anderen Ich hätte zuerst gedacht Dass wir dieses Symbol Nachbauen müssen Mit den Mit den Dingern hier Aber Nö Ja Ich habe auch gedacht Das kommt jetzt so Rätsel Gut gemacht Ja Gehen wir weiter Oh Unfassbar dass sie allein mit ihnen fertig wurde Das Mädel konnte wohl mächtig gut kämpfen Sie war entschlossen Er Bedeutete ihr alles Etwas schlechtes geschah mit ihm Sie wusste es Weißt du was es war Ich fühle mich düster Wie in meinem Traum Als ich gestorben bin Ich hoffe Sie hat es geschafft Ja ich auch Bitte Gib uns irgendwas Als Was sind wir denn jetzt Läuft Däuft Däuft Untertitelung des ZDF, 2020